Hallo und herzlich willkommen. Wir spielen jetzt weiter und wollen wieder zu unserer Luxus-Base und ein bisschen umräumen. Mal gucken, was da so geht. Wir brauchen erstmal wieder ganz viel Ha... äh... Refel. 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 Da hab ich jetzt schon... Nervig. Ja. Äh, ah. Oh. Und Knochen brauchen wir. Seitdem ich das Mauspad hab, ist das viel schöner, dieses Große. Nicht zu den Roten da hinten? War das echt da? Das Einzelne, ja? Doch, ja. Das war in Richtung Schnee. Ja, ne? Ich glaube nicht. Oder war es das Neue? Ne, das war doch das Neue da, bloß war er nicht. Zweimal Rot, großes Haus. Ja, das ist da. Wow. Hier rechts. Zweimal Rot ist... Warte mal. Hä, da hinten müsste das mit dem See gewesen sein, wo wir da diese kleine Butze drin gebaut haben. Ich müsste nicht die Flaggen auf... ...schreiben, ...sondern die Farbe vom Haus so gesehen. Also von dieser Tür. Die ist wirklich. Ja, die hätten wir mal überall ändern sollen. Warum gehst du jetzt zu dir trotzdem, obwohl wir da lang müssen? Hä, weil du zum... Ich dachte, zweimal Rot. Ja. Ist doch doch zweimal Rot. Ich sehe nur einmal Rot schon wieder. Was? Die Tür ist rot, die Fahne ist direkt daneben und dann weiter rechts ist noch eine. Ich sehe nur die Flagge, die rote. Und hier vorne rechts die lila. Lila, lila... Ach, die lila, gut, die ist ja ganz hinten. Die ist genau hier vorne. Hier vorne ist ein Höhleneingang. Ja, das ist ja die Höhle für Dings. Für das Loch. Das Loch. Black Hole, ne? Black... ...Hole. Das ist das neue Haus, glaube ich, was wir gebaut haben, ne? Ja, ich doe. Das Wasserhaus. Also doch zu den hellblauen. Ne, hellblaue Strandhaus. Hä? Ach, wir haben so viele gleiche Farben. Wir laufen erstmal in Richtung Rot. Ja, warte ganz kurz. Ich schreibe mir das nochmal ganz schnell auf. Gelb? Wie soll ich das nennen? Das kleine Puzzleding da. Die gelben? Die sind doch nur die Löcher. Also Papillowöcher. Und die guten Löcher sind mit lila markiert, oder nicht? Ich nehme jetzt die Türen, so gesehen. Das gelbe war ja dieses ganz kleine Ding da, wo zwei Häuser nebeneinander standen. Nur das... Warte mal. Zweimal. Shelter. Klein. Schreibe ich auf. Es gibt... Ja, das hellblaue war ja das Strandhaus. Das... Das rechte da. Ich muss mal die Türen überall ändern, ne? Dass jeder eine andere Farbe hat. Ich glaube, so viele Türen gibt es nicht. Ey, warum nehme ich das Vieh denn jetzt mit? Ist mir doch jetzt egal. Was hier nen Unterschied macht? Ja, aber. Kein Bock. Riecht komisch, das Ding. Verbaue ich ja auch. 40% Wasser habe ich noch dabei. Naja. Schildkröte. Ja, das sehe ich auch gerade. Aber eine andere, ja. Ja, die große, größere, ja. Kriegt man den Panzer auch? Ja. Deswegen überlege ich gerade... Oh, da ist ein Dings. Der sieht anders aus, denn der Sache. Der ist ein Krokodil. Ne, genau gleich, leider. Hier ist ein Krokodil. Wow. Ja, ich komme gleich. Da ist noch ein Krokodil. Das rennt gerade zu mir. Ne, von dem kriegt man keinen Panzer. Na klar. Hier liegt aber keiner. Da hinten sind schon wieder welche. Töte es! Töte es! Hey, du? Mach hin, da sind ja welche. Ach da. Was denn hier los? Wow, der ist ja komplett halbwegs erteilt. Ja, hier sind noch Krokodil. Ja, ja, komm da weg, komm da weg. Okay, weg hier. Das hat mich übel zu business. Mein Schild nimmt mich fast komplett weg. Ja, mich auch einmal. Äh! Ach so, Lorch. Ich dachte schon, was ist ein Volk da jetzt? Ah, der hat einfach mal vier Rüstung gebracht. Der ist vier, ne? Ich hab wieder voll. Guck hier einmal auf den Kopf. Ah, gut, das versteckt sich dann immer. Also zu dem... Ach so, wir müssen in die Richtung. Kriegst du ganz doof. Nur tot, die Viecher. Ich hab die mit nem von rechts nach links Schlag grad gekillt. Mit nem aufgeladenen Schlag. Und da war ich das Vieh noch nicht weit trocken. Ich war übelst weit oben. Da sind wieder zwei. Das wurde mir hier rechts lang. Hä, ich trägte gar nicht. Ich bin da aufgesch... Ja, ich normalerweise auch nicht. Aber das war vorhin nur Zufall, weil ich hier gemacht habe. Oh, hier ist schon ein Krokodil, Alter. Ich bin jetzt, wie gesagt, nach rechts gegangen, ne? Falls du es nicht gehört hast. Ja, doch. Weil da ja zwei sind. Ich hab... ja, ich hab aber kein... Kein gar nicht gehabt. Und hier können wir nämlich auch schneller übers Wasser. So, zu welcher müssen wir jetzt in hellblau noch zu den roten? Hellblau, oder? Ja. Drei Flaggen. Warum sind da drei Flaggen? Keine Ahnung, warum. Wir haben uns noch niemals drei Flaggen hingestellt. Kann man die jetzt endlich wieder abbauen, die Dinger? Ach so, das sind die Wagen. Das sind die Wagen. Das kann sein. Drei Stück hatten wir, ja? Ja klar, Oliver, ich und du. Krokodil. Hier ist mein kleiner Karpfenziehteich. Boah, direkt bei mir gespawnt, einfach mal. Ich bin gerade aufs Krokodil gesprungen. Ich meine, spawnen die damals, hat man immer gewartet, bis sie gespawnt sind. Der Stock, der leuchtet zu kommen, der kann man nicht aufheben. Doch, jetzt. Das ist so ein langer Stab, ne? Das ist ein Speer. Ja, ein Speer, ja. Hattest du mir den auch gegeben, ja? Ja. Ich habe noch upgrade. Spare. Ach, da ist der. Ja, ich auch. Halt, warte. Achso. Das könnte ich dir eigentlich nicht mehr aufheben. Aua. Boah, ich habe eben gerade hingeguckt, da war das Krokodil nicht, Alter. Jetzt hat er mir einen kompletten Schild weghauen. Ah, das ist Drecksvieh. Ach, Mann. Was machst du da? Na gut. Ah, das ist meins, komm. Ja, kannst du doch haben, wenn ich weiß, was du willst. Die Arschloch, die Arschloch. Ich habe auch nichts davon dazu gesagt, dass jetzt halt die Pfeile von meinem Ding rausgezogen ist. So, jetzt warte mal. Ja, warte, das ist vielleicht Zeit drauf. Okay. Getroffen! Hä? Ist das dein Ernst? Komm, bin ich da... Ach, ist wirklich... Ach, komm schon. Alter, läuft da nicht immer wieder los? Es läuft immer wieder... Sobald man es sieht und es steht, läuft es sofort wieder los. Volltreffer. Voll den Arsch erschossen. Kommst du her? Ja, ich habe ja unten gerade noch eine Regeltür. Also, kann ich das ruhig nehmen, was? Ja. Verwenden wir sowieso für die gleichen Stühle. Ja, siehst du, das stimmt. Ich halt oben und du halt unten. Das stimmt aber auch, wenn du ja hörst, wenn ich so auch... Ich kann das gleich mal auch... Ja, das hörst du ja gerade nicht. Du auch nicht mehr? Doch. Weiß ich nicht. Ach, hast du... Konntest du die mitnehmen? Ne, hast du auch gehoben gerade. Ja. Äh, wo? Im Haus? Ah, ne, hier. Komm her. Oh, das sind zwei. Du links und ich rechts. Hm. Du bleib doch gleich auf dem Boden liegen, Mensch. Fertsch. Ja. Uhuhu, sieh Arschloch. Äh, wo, wo? Oh, verdammt, wo wir hier kommen, hier Leute. Vier. Ich mach das Lager vorher mal schnell, damit wir sie direkt draufpacken können, ne? Ja, ich konnte den einen jetzt nicht mitnehmen. Ja? Ja. Machst du. Achso. Was? Ja. Pass auf, hinter dir. Hinter dir. Das war's. Das war's. Oh, ich hab zwei auf einmal getötet. Heftig. Oh, ich dachte mal, kann zwei oder so mitnehmen. Ich kann auch zwei Holzstämme mitnehmen. Holst du noch einen. Ich bin immer kurz und klingt, ist Matt in geknallt hier. Hey, ich hab doch ganz schön wenige Schläge gehabt und gar keine Lust mehr. So, jetzt zieh ich jetzt mal wieder die Lizard-Skin scheiß an. Das reicht erst mal. Brauchst du was zu essen? Grad nicht. So, wie baue ich das jetzt hier um? Das bleibt auf jeden... Hier fehlt Fleisch. Hast du zweimal Fleisch geklaut? Nein. Ich hab ganz viel dabei. Ich hab extra da hingepackt. So, dann gucken wir mal. Der, du bist hier vorne eigentlich die Ecke hin. Und wo kommt der Ofen hin? Tja, der hätte genau mitten im Raum, glaube ich, das Fleisch hingegangen, aber eigentlich hingemusst. Alles klar. Okay. Ich verstehe da eine Einwand. Einwand. Eine Wand. Hallo. Dann dreht's immer ein Stückchen zu weit. Ach du Scheiße. Wo soll ich das hier noch hinbauen? Ich weiß. Ich muss wahrscheinlich mein Lagerfeuer abbauen, damit ich da den Tisch hinbauen kann. Ich find das eigentlich voll geil mit dieser Pläne. Aber natürlich ist der Ofen nachher geiler. Kann ich das überhaupt abbauen? Ja, einfach draufschlagen. Ich hab doch Dings ausgemacht. Ich muss halt nur aufpassen, dass das Haus nicht kaputt ist. Halt! Ich speichere vorher ab. Das klingt eher nach dem Haus, Alter. Ja, warte, warte. Aber jetzt kannst du machen, was du willst. Okay, Tuna-Mip. Jetzt ist das Lagerfeuer, wo du drauf haust. Sicher? Ja, sonst könnte ich das Haus ja schon wieder reparieren. Ich seh dieses komische Zeichen hiermit wieder, ja. Ja, die Wände, ja. Da bin ich kurz gegengekommen, aber... Der macht doch den Boden kaputt, Alter. Das geht nicht kaputt. Aber wenn es zwar brennt, ist es doch irgendwann weg. Allerdings, das mit den Steinen, ist doch eine Sache, ne? Ja. Oder ich mal wusste... Nee, Kamin kann ich da nicht hinknallen. Da sind ja die Fenster. Tatsache, das kannst du wahrscheinlich wirklich nicht mehr kaputt machen. Das ist natürlich doof. Wo ist der Kamin? Wo ist der Kamin? Ich muss bei mir oben auch mal gucken, was ich da... Wie ich da was ändern kann. Was sind die Kamin? Irgendwo bei der Dekoration. Da. Ich hab hier oben Holzstämme. Echt idiot. Das wollt ihr aber nicht. Wow, irgendein Schwein ist sauer. Ja gut, ich könnte halt den Ofen halt direkt da hinstellen, wirst du? So. Dann würde es auch wieder passen mit dem Lagerfeuer, aber das ist ja direkt an den Fenstern. Dann dürften die Fenster nicht sein. Ah, ich brauch Hasenfell. Oh, was meinst du? Guck mal kurz, wenn es geht. Warte, ich... Was ist das denn? Was denn? Das komische Geräusch gerade, was so übelst schnell hinterhergeflogen ist irgendwie. Keine Ahnung. Ja, Lido, frei, ja. Ich hab nur mal eine Höhe. So, was? Wir müssen mal bei mir gucken, wie es aussieht. Was du dazu sagst. Wenn ich das so hinbauen wolle. Ja, gut, das so ist natürlich wie ein Fenster, ne? Ja, deswegen, ja. Ja, aber trotzdem. Sonst hätte ich den hier hinten vielleicht entweder gegen die Wand oder ich hätte das Regal weggemacht und hätte ihn hier in der Mitte hingebaut. Das wäre vielleicht am besten gewesen. Hier wäre es am geilsten. Hier. An der Wand hier. Ja, gut, oder da? Wäre am geilsten. Ja, das könnte ich ja noch halbwegs in der Wand drin bangen. Dann sieht es aus, als wenn es richtig reingebaut ist. Das Problem ist, kriegst du das Ding jetzt hier einfach weg, das Regal. Das Regal bestimmt. Warte mal, ich will nur mal gucken, wie es aussehen wird. Boah, das kann ich da gar nicht hinbauen. Die Frage ist, liegt das jetzt nur an dem scheiß Regal? Oder? Oder hier, bei den Holdern. Da musst du aber die ganzen Dinger rausbringen oder nach oben bringen zu mir. Erstmal die, äh, ne? Die Hecke will ich den nicht. Das sieht ja eigentlich eklig aus. Oder hier. Nee, ja, wäre das Einzige, was eigentlich keine Fenster auf jeden Fall bedeckt. So. Ja, aber der ist bei der Mitte, wie du sagst, das wäre eigentlich gar nicht so schlecht. Wow, über das Lagerfeuer kann ich den Kronenleuchter nicht hinbauen. Aber über das Bett. Lass mich mal kurz einmal schlafen. Weil ich wollte gerade Hasenjagd machen und ich sehe nichts. Bin. Okay, warte. Hä? Da. Mensch. Errungsschaft freistellt. Okay. Ja, keine Ahnung. Hier habe ich nicht so schnell gelesen. Halt, die sind die ganzen Knochen draußen noch weg. Was nochmal? Die hat es einen Knochen. Hast du alle aufgesammelt? Ja. Ich brauche noch ein Hasenfell für meinen Stuhl oben. Ich glaube, eins müssen wir sie noch haben. Ja, du brauchst ja auch Hasenfell. Für die Stühle ist das, ne? Ja. Oder willst du eine Couch bauen? Couch auch, aber ich gebe dir erstmal das Hasenfell, ist ja egal. Ja, warte, warte. Ich suche nochmal kurz. Ansonsten gehst du hoch und baust du einfach... Ach so, bist schon oben. Ja. Okay, dann komme ich auch. Und die Sticks hat er auch nicht gehabt. Wow, hast du zweimal Hasenfell gebraucht. Ja. Und die Sticks. Ich habe sie einmal. Es fehlen noch zehn Sticks, ne? Wie lange sind wir jetzt eigentlich von der Zeit her? Wie in dem Video? Ach so. Das lag auf erst. 15 Minuten erst. Hä? Okay. Scheiß Hase, Alter. Ich gehe jetzt auf Hasenjacken mit Bogen. Alter, halt das Maul, bleib stehen. Viel zu hoch. Ah, man ist echt abgeschossen. Ja, mache ich immer so. Ich schieße sie immer ab. Da musst du auch erst selber rausfinden, wie das geht mit dem... Ach, mein. Schon wieder. Ich brauche einen Stick. Ach, sieh, sie brauchen ja auch noch Sticks. Ah, wieder raus. Um diese Doppelfalle hier zu aktivieren, wieder. Boah, ich bin jetzt mal mehr laufen. Boah, ich bin jetzt mal mehr laufen. Da musst du echt überpassen. Was denn? Bei der Doppelfalle, die wir da haben, mit diesen dicken Steinbrocken und den fehlen da drinnen. Ah. Habe ich gerade wieder hingebaut. Die Doppelfalle, die ich hier drinnen kann. Oh. Ich bin jetzt mal ein bisschen dran. Ich bin jetzt mal dran. hängen. Ich zähle das Feuer einfach mal bei mir an. Vielleicht geht das ja doch irgendwo kaputt. Jetzt kann man es immer wieder aufbauen, aber so kann man es nicht mehr bauen kann. Wenn das mal wirklich irgendwann mal falsch liegt, so wie jetzt. Einfach mal abfackeln lassen, mehrmals. Vieh schon wieder hier? Ja, läuft schon wieder was im Haus rum. Na, komm her. Hier, komm her. Genau in meine Richtung. Es schläft gerade ein. Aufs Haus, kann das sein? Also wenn denn da hinten, also nicht bei mir hier auf der Seite. Ich bin jetzt schon draußen und guck hier bei den Viechern. Oh, lauf noch einen Meter vor und bist in der Falle dran. Alter, wie viel sind hier? Unten am Berg hoch? Ach, bei dir. Alter, was ist hier los? Das sind alles nur diese Sprinte, Alter. Wow! Oh, ja. Du kannst die Schläge echt abwärmen mit dem Katana, ne? Hä, nein, geht nicht. Doch, rechtsklick. Die treffen mich dann trotzdem immer. Hier, schon wieder. Weiß ich, weiß ich. Ich habe gerade drei Schläge abgewehrt. Die haben mich bis jetzt immer getroffen, dann. Ich habe mich gerade umgedreht und den Schlag abgewehrt, im Sinn. Weiß nicht. Bei mir noch nie. Wow, wo ist mein Leben hin? Was? Oh, sind hier viele. Ja. Lass dir mal den da hängen kurz, ne? Gehen, achso. Genau, bleibst du da hängen, du Luder. Jetzt habe ich hier auch kein Lagerfeuerwehr. Wenn nicht, muss ich mal mit drinnen den schmal essen. Ich wollte ja den einen in die Falle locken, aber... Okay, er hat Angst. Warte mal, ich will ihn abschießen. Tö. Tö, bleibt sogar gleich so. Wollen wir den hängen lassen erstmal? Oh, der backt jetzt schon rum, wie so. Wow, er fliegt einfach davon weg. Was? Bei mir ist er noch hier. Du wirst ihn nicht mal nehmen. Der glitscht bei mir hin und her. Du kannst ihn nicht mal nehmen. Jetzt so. Ich mach grad ziemlich, ich will mal gucken, ob man ihn... Hallo? Äh, äh. Ui, so. Ui. Äh, was? Alter, zum Kotzen ist das. Drei, zwei... Was denn? Achso, doppelt. Drei, zwei, eins, jetzt. Wow, es geht wirklich. Wow. Immer noch. Kannst hier bei mir hinten rein. Hinten rein, hier ist heute eine Außentür. Liegt ihr schon wieder so viel? Nee, okay. Nein. Wow, schnell wieder raus. Was, tot? Wow. Äh, reparier mal dein Haus. Ja, gleich. Doch, kann ich das schon... Boah, der Fußboden war ja schon übelst verbrüht. Hier war eben grad noch irgendwas. Ja, ja. Oh! Na, ich wollte dir grad die Headshot geben. Äh. Ich hab... Ich hab ihm auch die Headshot gegeben, ne? Grad, wo hochgekommen ist. Ja? Ja. Thomas hat grad gleichzeitig gestorben. Wow. Ah. Immer wenn ich ihn aufnehmen will. Noch einer. Ah, Alter, legt wenig. Oh, bleib doch vor mir stehen. Da hab ich den gleich... Wow, noch drei. Also, viere wieder. Headshot. Er hat's überlebt. Voll in die Hand. Oh, Gott sei Dank. Einer ist schon mal weg. War sogar ein Weifer. Juhu! What the fuck? Ich hab keine Energie mehr, Alter. Warum stehen die wieder auf hier? Die sind die. Die sind die. Aua. Dankeschön. Ich bin gleich tot. Der war jetzt schon. Das ist so geil. Zu nice. Ich hab wieder keine Rüstung. Jetzt muss ich mir ruhig den Knochen-Rüstung wieder machen. Ich muss Gott sagen, haben wir jetzt genug. Schon wieder. Wahrscheinlich noch... Oh, der Einzelne. Ein Einzelner. Okay, schon tot. Na los. Kann ich hier durch Fenster werfen? Jawohl. Also, wieder den Boden haben sie kaputt gemacht. Oh, der ist halt so laut. Ich hör ja auch nicht. Die Maus könnte ich verstehen, aber... Die Maus hör ich nicht, ne? Wow, die hör ich so leicht. Na doch, jetzt wo du sagst. Oh, der ist ja auch nicht so gut. Brauchst du nur ein PC? Kann das sein? Was ist ich denn ernst, ey? Doch, mach mich. Fehl mir so viele Totenköpfe. Was kann man denn damit noch bauen? Ohneuchter. Oder diese Fackeln davon. Kann man hier? Nee. Und der... Doch, hier, hier. B? Hier so ein Kronleuchter, was. Ja, hier drauf. Außen an. Ich springe noch vier auf den Dings drauf. Hier. Oder? Achso, ja. Wow, die Totenköpfe sind jetzt ernsthaft alle, die spawnen hier drin, oder hast du die mitgenommen? Nein. Ich hatte ja die vier schweren Zeit. Oh Gott, die sind jetzt schon die spawnen. Das ist letztendlich. Ich hab sie ja schon, wir brauchen ja noch die Knochen. Ja, trotzdem. Knochen hab ich hier noch ein paar. Gerade sieben drin? Oder noch sieben? Äh, jetzt noch 22. Leicht. Sind hier draußen keine mehr? Keine Ahnung. Nee. Kannst aber von dir auch welche holen. Hier draußen liegt noch einer. Ja, warte, hol ich gleich. Die Tür packt schon wieder. Hä? Das schwer ist? Ja, ich... Fängt wie die stehen. Es geht doch nicht an. Es geht nicht an. Jetzt so. Der dritte Versuch. Oh ja. Es steht schon wieder. Wie eine Eins. Oliver müssen wir hier wieder mitmachen, dass er bei sich weitermacht, ne? Weil sein Stockwerk ist noch... Warum hat der da ringsherum Dings? Fenster gemacht. Achso, haben wir alle? Okay. Warum das denn? Haben wir zu dem Zeitpunkt noch viel Alkohol konsumiert, wa? Ja. Wie sau. Oh, was war hier kaputt? Der Boden oder das ganze Zebo war komplett kaputt, ne? Hm. Äh, okay. Siehst du das auch? Ich höre den Wind wie sau, ja. Was denn? Hier? Das Wildschwein? Nein, ich sehe nichts. Ich habe das Lagerfeuer kaputt gekriegt, scheinbar. Du machst gerade die Wand kaputt, die verzieht sich schon. Ja, ich sehe es. Man muss das wirklich immer wieder heile machen. Das ist echt so ein Lagerfeuer. Obwohl, ganz kurz. Das ist jetzt nur ein anderes Geräusch, oder? Gib mal kurz die Axt. Das ist nur ein anderes Geräusch jetzt, anstatt wie das nur das Holz. Du kannst ja mal vielleicht reparieren, vorwärtsalber. Ist alles feil. Keine Ahnung, das geht nicht kaputt. Jetzt treffe ich nur das Holz. Achso. Oh, hier, ich nehme jetzt ein Schwein aus. Einfach Zeige gedrückt halten. Bevor du hier was hinbaust, warte. Da ist aber der Kopf. Wow. Du läufst da durch und die ganzen Dinger gehen weg. Ja, jetzt bleiben die Steine da. Alter, ich glaube es nicht. Was? Bei mir ist hier gar nichts. Oh, ernsthaft? Bei mir sind die Steine noch und die Holzschnäpsel. Oh, du stehst da wirklich drauf, weil ich nicht. Dann müssen wir speichern und neue Starten das Spiel, wa? Achso, oh, die Folge ist ja schon vorbei. Vielen Dank für's Zuschauen ab und nicht mehr. Gib doch nach oben und schreib dir eine Kommentare, wie euch das Video gefallen hat. Tschüss.